Jugendliche aus Israel, Gaza und Wilhelmsburg haben ihren Alltag mit dem Handy dokumentiert. Unter dem Titel Architecture of Hope sind die Social-Media-Beiträge der Jugendlichen nun als Video- und Kunstinstallation ausgestellt. In der Galerie Westwerk in der Neustadt. Unser Kulturtipp. Ganz aktuell iranische Raketen auf Israel. Die vergangenen 2 Wochen haben Jugendliche in Israel, Gaza und Wilhelmsburg ihren Alltag mit dem Handy aufgezeichnet. Und zeigen, was sie auf Social Media veröffentlicht haben. Die verschiedenen Perspektiven des aktuellen Konflikts darstellen, das will der Wilhelmsburger Lehrer Hedi Buden. Zusammen mit dem israelischen Künstler Nir Alon hat er die Ausstellung konzipiert. Sie ist noch bis zum 5. Mai in der Galerie Westwerk zu sehen, in der Admiralitätsstraße 74.